Wir stürmen das Ding jetzt. Okay, go! Pass auf, da ist ein Creeper, pass auf, da ist ein Creeper irgendwo. Da hinten, da hinten ist er. Oh mein Gott, sind da viele Mobs. Oh mein Gott. Oh scheiße, blocken, blocken, blocken. Oh mein Gott, sind da viele Mobs da hinten. Alter, viel zu viele Creeper. Oh mein Gott. Scheiße. Raus, raus. Hey, 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 und willkommen zu einer neuen Folge Captive Minecraft hier mit dem NickX. Yo, und willkommen zurück zur zweiten Folge bei Zichnack. Oh mein Gott. Alter, ich hab so Glück, dass immer beim ersten Versuch direkt das Ding kommt. Und Leute, wundert euch nicht, warum da so komische Partikel kommen von dieser Explosion, dass sie gelb sind. Und das ist, ihr werdet es sehen, falls ich irgendwann mal einen Schnee, so einen Schneeball halt finde in dieser Map, dann werdet ihr es sehen, warum. Und ja, wundert euch nicht. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt erstmal wieder warten, bis der Baum wechselt. Den können wir unten weiter. Wir müssen die Tiere hier wegmachen. Auf jeden Fall die Tiere hier weg. Ach stimmt, ja. Stimmt die Tiere. Wir wollten ja die Tiere in den Schuppen einschieben. Oh mein Gott. Ganz fängig. Das Chicken hat sich weggebackt schnell. Ich höre mal, dass das Ding, wie können wir die da reinlocken? Vielleicht mit Fleisch? Leute, Hühner kriegst du. Alter, die kommen wirklich. Weil ich Samen in der Hand habe, älter. Oh Samen. 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 Wo sind das andere? Oh, ganz viele Hühner. Oder, warte. Wir machen die Bäume alle auf eine Seite. Alter, die wollen die wirklich. Ja, ich weiß, die sind richtig abtüren von mir. Jo, alle, komm zu mir. Schweig, komm. Kommt, kommt hier rein. Kommt, mein kleines Kinderschen kommt. Aber auch nur, genau Samen sind nur die Hühner. Ja, Schweine sind, glaube ich, Weizen. Ja, stimmt. Also, geh du mal in diese Ecke da in das Haus. Die Hühnchen sollten alle folgen. Leute, Hühnchen. Die wollen mich nicht, äl. Wir hatten gerade ihren Spaß. Oh, jetzt folgen sie dir. Komm, 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 komm. Kommt rein. Kommt drüber. Hallo. Tsch, 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 tsch. Gut. Ja, danke. Gut, ich komm nicht mehr raus. Aber der eine Baum ist währenddessen sogar. Ja, warte, ich mach dir den hier. Ne, lass das. Nein. Nein, das Hühnchen. Okay, du musst sterben. Tut mir leid. Nichts. Leglicher Versuch rauszukommen. Schnell, schnell. Nein. Das wär raus. Sowas von raus. Also, es hat schon so gelüstet. Ja, eben. Und das Schwein muss auch noch irgendwie rein, aber das können wir nicht locken. Das ist doch. Ja, ja, egal. Das wird sterben. Oh mein Gott. Das kann eh nicht sterben wegen den Dingen. Ey, das ist drin. Fast. Wir müssen es nur noch runterschupfen. Ja, das ist das. Ohne. Kooperin. Kooperin. Los ist das Schwein. Bitte schnell. Also. Ich muss jetzt schnell hier. Was machst du denn? Sehr schnell. Beides abbauen. Was machst du denn? Die zwei Dinge abbauen. Ja, was hast du bitte gemacht? Ja, hier raus. Das Schwein rein getan. Aha. Schubst dann, dann bin ich auch rein gefallen und so. Und dann, jo. Also. Hier haben wir noch einen Baum Setzling. Setzling und den packen wir hier hin. Nach hin. Am Schluss haben wir einfach alles voller Bäume. Ey, das wäre richtig. Dann sterben wir so selber wie in den Bäumen. Ich habe jetzt da. Wie sterben wir vielleicht in den Bingen drin? Ich weiß nicht, ob das jetzt gewagt ist, aber soll ich mal Kisten machen? Äh, Kisten? Nein, soll ich eine Kiste machen? Oder auch ein. Ich weiß nicht, ob das so. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja unser Inventar. Und da vorne ist eine Kiste, also. Ja. Wie sollen wir überhaupt das nächste Achievement kriegen? Was ist eigentlich das nächste Achievement? Also es hat Kuchen, Brot, ähm, Kau-Typer. Das haben wir jetzt auch schon verloren. Wir haben verloren, aber. Eisen, Eisen. Wir müssen noch Eisen finden. Ja, lass mal einen finden hier. Okay, jetzt suchen wir mal Eisen. Richtig spannend und so erstmal mal rein. Mining-Tour. Das ist so eine halbe Stunde lang, Alter. Erstmal so fett, eine halbe Stunde lang. Äh, wo ist Eisen? Ich finde kein Eisen. Hilfe. Ich baue mich jetzt einfach runter. Ich baue mich mal hier weiter, wo du warst, weil das ist irgendwie ein bisschen vielversprechender. Und ich habe Kohle gefunden. Kohle? gut ich habe gröbel gefunden gerade wenn wir uns mit glück und feuerzeug machen genau das ist voll wie ich schon mitdenke ja ich glaube was wir machen könnten der kohle und kohle ich dachte kohle bringt auch nach jedem und nicht nähe kohle aber was wir machen könnten das ding braten fleisch braten ich das genau dass das gut ist schon hier ein bisschen eisen finden denkst du wir könnten das ja alles ausfüllen es ist cool das wäre so wie eine mining turtle wir sind die lebende meine richtig richtig fettne meinen können das wäre richtig cool okay also ich hab schon fast gar kein essen mehr dann noch mal kohle oder du findest einfach alles ich nix dafür habe ich alle schon achtet sich nix wer ist hier am arsch du ja ich bin dann aber ich will noch ein bisschen aber ich will sagen was sehen hier ist sie fast nix hier sind wahrscheinlich keine weil das ist youtube und so und youtube und so was man auch ich könnte dir einfach nur wenn ich hörten aber heiler zombies so viele stimmt hier und ist wahrscheinlich so eine monster falle ja dann wirst du dich einfach runtergepultet ja was man hier war zurück ich das ist eine fange okay fange kommt zurück kommt zurück was gefunden hat ein skelett gehört das hier unten bei mir ja das bei mir ganz in der nähe ich hab's gefunden oh mein gott oh mein gott wie viele monster was viele monster verarschen nein bitte nicht ich höre das einfach einfach wasser und so eben ich brauche mich da gerade so treppenweise runter oh mein gott oh ne die können hier hoch die können hier hoch oh mein gott die können hier hoch warum denke ich nicht mit warum denke ich nicht mit oh mein gott die werden mich alle umbringen oh mein gott ein enderman komm hoch oh mein gott ich hab zugebaut ich hab zugebaut keine angst ein enderman aber da ist ein enderman ich hab angst verändern wir müssen das lass erstmal nach oben gehen ok ne 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 wir müssen sie töten wir müssen die alle töten ja ok aber ich hab kein essen wenn ich und wir haben keine rüstung alle hier essen warte nee cool nein lass lass das braten ja das brauchen wir lieber komm komm mit tofe braten erstmal wir machen hier eine gescheite treppe glaubst du war gerade ne hallo hi hi ich hab neun eisen ne ja geil ok dann müssen wir das eisen noch braten und dann haben wir noch nachievement dann haben wir die kiste und in der kiste ist noch irgendwas und dann ja ist bestimmt richtig geiler stuff sicher nur so so wasser und labaeimer für cobblestone generaider ja das wäre aber auch schon was brauchen wir ja nicht weil wir stein genug haben und so egal nachso dem sind wir toll okay pass auf wir machen einfach mal hier drei da drei und ich breite hier mein ding sag oh ich hab denn was mach oder mach das mal in den anderen rein genau oder ja so ist in ordnung genau ok und äh hör mal unsere bäume ein unsere bäume die rasten gerade richtig aus den bäume uiuiuiuiui alter das ist ein riesen baum oh ne ich hasse die riesen bäume wenn wir so viel arbeit ja ein größerer ja also voll gut weißt du dann können wir noch mehr holz raus ja aber trotzdem ist so viel arbeit das abzubauen ach scheiße ich hab irgendwie das gefühl ja die blätter sind außerhalb äh so manche dinge sind außerhalb ja ja egal passt schon das ist doof ich bau dabei mal den andern baum ab ne joj..tröse Mit du was du nicht lassen kannst wir kehren an unsere Hühnchen ans top und erscheint man geht jetzt sagen dass wir hier alle acht zu einig könnte ja eben die truhe kannst du mal holen ist ja guckte mal rein oder guckte mal rein für deine aufnahme guckt da rein das sind ja okay auf jeden fall was wir nicht so brauchen aber wir haben gott nuggets und regula porträt versteht doch nicht heute ich brauche eine kiste abgenommen und weißt die potato ist gut dann zum anpflanzen und so und wir brauchen kann man kann man kann man noch mal anpflanzen was kann man vergammelte noch mal anpflanzen ich glaube schon ich habe mir gesagt regula potato und so weiß ja nicht egal ich war ein paar sachen hin danke guten apache ich krieg schon schaden gegen ernsthaft hier ich bin voll ganz ja ich habe fast nichts gegessen und bin voll egal ich mach mal hier noch ein bisschen hühnchen in den ofen rein wie kommen wir wieder runter ist das hier der weg hey hier ist kohle noch ganz viel können wir können die ich brauche hier oben den baum aufhält ich habe weil ich finde das immer hässlich wenn so ein baum hier halb ja ja okay ich habe den weg gefunden ja hab ich und falsche aber pass auf weil sie könnten ja ich auch rüstungsteile machen oder ein eisenschwert oder war ein steinschwert passt schon glaube ich auch nicht dass ich es sind nur so um die geschätzte sechs zombies und ein skelett zwei skelette es sind keine sechste sind sieben oder acht egal ich steht ja auch keine rüstung oder ist das was getötet monster nice 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 wir haben noch eine coole kann das sein ja ich habe mir jetzt kommen die zombies in maßen oh mein gott 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 oh mein spaß kommt mal zu mir da ist ja noch ein baum und immer ding weiß ohne das noch ein creeper das ist ein creeper lassen dass wir mal ein mob übrig muss auch noch einen töten dann tötet man ein kommt hatte ich immer noch krieger und alles zeuge da gibt es noch genug zu töten okay ich bin unterwegs habe den weg verloren sagte ich ryken bei dir ist es auch gegen die erst mal verd Party reinwarten sicherlich rückendeckung da jetzt krieg ich hier den start nur als passenden spitz mister das hier was mit stürmend das dinge okay oder da hinten Da hinten ist er. Oh mein Gott sind da viele Mobs. Oh mein Gott. Oh mein Gott sind da viele Mobs dahinten. Alter, viel zu viele Creeper. Oh mein Gott. Scheiße. Raus, raus, raus. 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 Aber das ist so viel Eisen hier. Bauen wir das doch zu. Oh was. Die töten sich ganz selber. Die töten sich ganz selber. Sehr gut. Und das noch ein Spiel. Ja. Doch, zu viel Paragel schon. Limeball. Hast du einen Slimeball? Hm. Hast doch gerade einen Slimeball bekommen oder? Ja, zwei. Richtig gut. Okay, also hier noch schnell das Eisen hier holen. Richtig kritische Situation gerade. Kritisch. Aber voll geil ey. Ah ja, ich hab Knochenmehl ne? Ja, geil. Nice. Warte mal. Dann können wir auch vielleicht noch Ding anpflanzen. Hier haben wir Wasser. Das hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Weil hier unten haben wir ja... Ja, aber das Wasser ist da außerhalb. Das Wasser ist außerhalb. Hm. Aber da. Ah nee, warte, hier. Hier haben wir Wasser. Und das Wasser können wir mit dem Eisen. Hast du drei Eisen noch? Ich hab einen Bogen jetzt. Nein, nein, Bargen. Ja, der Bogen ist aber leider erst ein Achievement, wenn du dann selber brauchst. Ja. Hab ich gesagt, dass ich einen Boden hab? Ja gut, das hab ich. Was, du? Wow. Okay, also. Warten wir mal, was haben wir hier noch? Ähm, hier hoch? Nimmts, ja. Ich glaube schon. Ich denke, dachte... Wir haben auch Pfeile, das ist gut. Ja, ganz kurz gucken. Oh, das ist was. Hier ist ein Neu-Kuh. Naja, hab ich gedacht. Ja, hab ich gesagt. Wo ist das denn? Alter. Ja, nur die andere Kuh ist tot. Die bringt uns nichts mehr. Nicht mehr so viel. Ja, also wir könnten... Wir könnten kein Fickie Fickie Kuh machen. Yeah. Das ist doof. Das ist doof. Wie verarbeitet man eigentlich diesen Stein? Hä? 2x4. Ähm, warte, ich kann's dir gleich sagen. Nein, ich hab schon rausgefunden. Okay, gut, gut, gut. Jo, was brettest du, Alter? Awesome, nice. Awesome. Wir können uns eigentlich echt ein Haus bauen, ne? Ja, mit Cobblestone schon, aber mit diesem Underlete und Ding hier. Guck mal, guck mal da rein, ey. Egal, das ist unser Farminghaus mit ganz vielen Tieren drin. Unser Farm. Ja, das ist einfach... Farm. My Little Farm, Alter. My Little... My Little Farm. Heute im Let's Play My Little Farm. Facebook-Game, Alter. So. Gibt's hier noch mehr? Oh, wir können jetzt zu der Insel da oben hin. Warte, hab ich überhaupt den Timer gesetzt. Ne, hab ich vergessen, aber ich weiß, jetzt ist 21 ab und wir sind ca. 5 ab haben wir angefangen. Das heißt, wir haben noch... Äh... Das sind 5 Minuten. Warte. Das heißt, wir sind jetzt schon 15 Minuten fertig, ne? Ja. Ja, dann sag ich mal, das war's von dieser Folge und jo, ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.